Gesunder Menschenverstand, Unerschütterlichkeit, Optimismus, schnelle Auffassungsgabe, Neugierde, Zuhören zu können, Zeitmanagement, Kreativität, tatkräftige Kompetenz, Organisationsfähigkeit, Diplomatie, Zuverlässig, Unendliche Neugier. Zu ehrlich. Da wo Menschen leiden, lasse ich mich erschüttern. Spaghetti-Eis. Zu viel auf einmal. Nicht Nein sagen können. Ungeduldig zu sein. Multitasking. Perfektionismus. Ungeduld. Mangelnde Teamfähigkeit. Ausbaufähiges Englisch. Spätaufsteher. Leicht chaotisch. Spätaufsteher. Leicht chaotisch. Spätaufsteher. Leicht chaotisch.